Action. Die Person, deren Gesicht in der Wolke zu sehen war, gab keinen Kommentar dazu ab. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wann wird diese Geschichte denn ausgestrahlt? Das sind die Dinge, die das Leben erst interessant machen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin die Canon, der 27. August war das Sendedatum dieser Mediennachrichten.